Sommer, in dem Moment, Frühling, Sommer, yes, falsches Item, so irgendwo hier lauert wieder so ein goldener Typ, suchen wir es unten ab, obwohl ich habe so, ich glaube ich weiß wo er ist, da habe ich noch so ein bisschen in der Nahrung. Hier oben, ah ne doch nicht schade, da unten kann ich nicht lang, aber da kann ich gleich nach Subrosia, denn Subrosia wartet das letzte Passwort, natürlich der perfekte Ort, ja gucken wir doch mal was, ist jetzt ein UFO. Naja, stört mich jetzt auch nicht wirklich, das wäre hier ein schlechter Ort zum Sammeln gewesen, hier dann, da ist er doch, der Blurb, ich weiß nicht wie du heißt, ich nenne dich Blurb und ich kann dich nicht verbrennen? Hallo, verbrenne? Schade. Da war der Mobbel und wurde der einzige, den ich verbrennen konnte. La, 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 in die Ecke gesperrt und sterben. Tada! Damit wäre der zweite Vasalle nieder. Eh, so. Jetzt soll es irgendwo einen goldenen Subrosianer geben. Mal die Karte gucken. Obwohl, als würde das irgendwo hier auf der Karte stehen, würde. Ein goldener Subrosianer. Hm. Ich könnte jetzt einfach hier alles ablaufen, aber... Das dürfte etwas dauern. Gut, suchen wir mal. Goldener Subrosianer, goldener Subrosianer. Ich hätte es im Vorfeld nachgucken sollen. Eventuell da hier bei den Schildern? Nee, du bist nicht Gold. Ähm... Da ist auch nichts. Hier in der Fabrik. In der Tanzfabrik. Nope, da ist nur ein blauer. Hm, 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 la, la, la. Da, 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 da. Run. More running. Still running. No more running and again running. Moment, vielleicht ist er am Tempel. Ich muss das gucken. Hm, hm, okay. Ähm... Da, 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 da ist keiner. Da, da ist keiner. Da, da ist aber ein grüner. Okay, hier auch nicht. Dann wenigstens schon mal die rechte Hälfte. Äh, nein, Hälfte sicher nicht. Aber den rechten Teil hier durchgeguckt. So, da ist keiner. Da ist keiner. Da ist auch keiner. Da ist noch ein blauer und ein roter. Da, da sind grüne. Äh, äh, dingensens man da. Äh, der Dancing Queen. Da ist auch keiner. Äh, hallo. Wo? Wo bist du? Wo bist du? Da ist ein grüner. Da ist das Grinse. Dungeon. Viech. Die ist auch nichts. War hier? Nein, der war auch grün. Haha. Ja. Äh, suchen. Macht Spaß. Hier? Nein, hier war die Suppenküche. Gut, dass ich so viele Pegasus-Kern habe. Hä? Was? Ein Schloss? Wo ist dieses Mädel? Mädel, 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 das war am Strand. Kann ich hier rüber? Nein! Abgesoffen. Oder er verbrannt. Am besten beides zusammen. So, der Strand, der Strand. Das will ich jetzt haben. Yes. Yes. Nein. Nein. So. Yes. Oh. Das haben wir sehen. Ich glaube, hier am Strand hockt sie immer noch rum und wartet auf meine Rückkehr. Willst du mit mir gehen? Okay, ich folge dir. Yes. Du kannst auch mitfliegen. Zack. Und. Zack. Ja, du kannst einfach mal bei den Löcher laufen. Blub. 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 Äh, wo war das jetzt weiter? Genau, hier rüber. Äh, nein, nicht hier hoch, sondern ein zweiter. Blub. 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 Was? Warum liegt da hinten ein Gascherkern? Ha, geklaut. Meiner. Wir brauchen schon eine dreckige Feder, ich. Obwohl, ich habe ja gar keine Feder, aber ich habe einen Mantel. Ja. Ich habe einen schönen Mantel. Wow. Wo ist der Kollege? Hier? Hier ist Ambi. Ah, jetzt ist sie abgehauen. Wundervoll, sind noch ein paar Piraten zurückgeblieben. Okay, kurze Pause. Ich gucke eben nochmal nach, wo der war. Okay. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der ist. Also, ich hoffe es jedenfalls. Und wenn es wirklich stimmt, dann bin ich ein Idiot. Warum, seht ihr gleich. Zack. Wahrscheinlich alle meine Pegasus-Kerner. Zack. Flying. Ja. Ich glaube, er war hier ganz am Anfang. Wo wir hier auch angefangen haben zu suchen. Und zwar hier unten. Hier unten irgendwo. Hier unten irgendwo. Hier unten irgendwo blöd. Wow. Knapp. Hier? Tatsache. Da ist er doch. Wirklich hier unten, wo wir angefangen haben. Ach. Hey. Darf ich um einen Gefallen bitten? Yeah. Bürgermeister, Plan. Okay. Plan. Der B-Master. Oslo Brünner hat schon so viel für mich getan. Wirklich. Ich würde ihm gerne danken, aber es ist mir so peinlich. Kannst du ihm dieses Geheimnis überbringen? Jo. Das Geheimnis ist... Raute. 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 Äh. Nicht Raute. Karo, Karo, Karo. Raute 9. Erzählst du es ihm? Jo. Vielen Dank. So. Damit hätten wir auch das letzte Geheimnis. Glaube ich. Blubb. So. Ja. Pew. Okay. Da müssen wir noch nur noch zwei Vasallen besiegen. Ups. Da hab ich nach vorne geguckt. Ähm. Das haben wir nicht, wenn der andere ist. Ich nehme mal hier raus.